Und willkommen zurück bei Far Cry 3. Wir verziehen uns von hier. Upsi, wir verziehen uns von hier, sagte ich. Danke. Und wir haben eine Aufgabe bekommen, einen wilderen niederzustrecken, und lassen wir das direkt machen. Ist der gleich hier, oder was? Das wäre ja äußerst praktisch. Ich würde sagen, wir schleichen. Und uns mal durchstickigt. Richtig. Richtig. Okay, machen wir. Finde und schütte den Kommandanten mit einem Messer oder Takedown. Okay, machen wir, machen wir, machen wir. Kein Problem. Überhaupt kein... Thema. Verdammt nochmal, zu fett. Eine Libelle. Schabernack. Siehst du mich hier? Ich schwöre dir, wehe, du siehst mich. Sollen die Rebellen das Drecksloch doch behalten? Nicht umdrehen. Ist noch einer. Ah, das ist mein Ziel. Okay, das ist mein Ziel. Gut, gut, gut. Wie sieht's aus? Wo willst du hin? Es geht ja weiter. Gott verdammt. Komm zurück. Mein Freund, komm ich überhaupt durch? Natürlich nicht. Ich bin zu fett dafür. Komm her, zurück. Komm her. Was macht der dort hinten mit dem Schweinesarme? Aber da sieht mich doch der Typ da, wenn ich den jetzt umnicke, oder? Ja, ich weiß. Ich hab's noch nicht vergessen. Ich hab kein Problem. Ich warte nur eine bessere... Upsi. Post. Eine bessere Chance ab. All right. We got him. Oh shit. Oh shit. Nein, was mach ich? Wo bin ich denn? Ich kann nicht weg. Oh fuck. Vergammter Schabernack. Scheiße. Ist er jetzt auch tot da hinten? Okay, so wie alle tot. Also, wenn du lieb bist, mach es mit nem Messer. Und wenn du böse bist, mach es. Mit dem Ding. Okay, gut. Gott sei Dank. Ging das gut. Halleluja. Und alles schön auf einem Fleck. Das freut mich sehr. Und mein Gewehr... ist fast leer. So, bituppi. Das war zwar jetzt alles andere als sneaky und so weiter und so fort. Aber wir haben's getan. Nein. So, ich geh mal davon aus, dass es jetzt hier keine Gokodile gibt. Richtig. Bitte tu mir das jetzt nicht an. Hallo? Danke. So, bituppi. Hier sind Schätze. Wo sind hier Schätze? Verdammte Scheiße. Bist du ein Schatz? Nein. Du bist ein fucking Schab. Hier sind Schätze. Okay, ich verstehe. Okay. Okay, und wieder hoch. Wo geht's hier raus? Hier geht's raus? Nee, doch geht's raus, oder? Ich hab keine Ahnung, wo's hier rausgeht. Einen Schritt schneller hier. Wie komm ich hier hoch? Erstand hier. Erstand denn hier gerade? Ich hab's nicht gesehen. Okay. Gut, gut, gut. Ich hab mir das geklärt. Meins. Und. Meins. Supi. Wo ist denn jetzt das Fahrzeug? Wo hab ich den geparkt? Ah, okay. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ja, das ist eine gute Frage. Ich stehe überall Autos rum. Warte mal, was machen wir denn jetzt? Was machen wir? Ach nee, M war. M war die Map. Autsch. M wie Map. Wo müssen wir? Hier ist der Doktor, wie es scheint. Genau. Da würde ich sagen, kümmern wir uns um diesen Aussichtspunkt. Erstmal gehen wir aber nach Hause. Und verkaufen unseren ganzen Shit. Würde ich sagen. Und dann fahren wir zu Dr. Earnhardt. Supi. Söchen. Hallo, Äffchen. Ich hoffe, du willst mich ausnahmsweise nicht töten. Hier müssen wir hin. Okay. Das wird ein Let's Play voller Fäß. Ich sehe es schon kommen. Oh, 900. 900, das ist aber schön. Riecht das besser. Da ist mein Ding jetzt. Oder was. MP5 ist die gut. So aus, oder? Komm, ich kauf mir die jetzt einfach mal. Oder? War doch bestimmt nicht so schlecht. Ist ja nicht umsonst das Teuerste von dem Dreien, oder? Ich weiss nicht. Was ist denn das? Schneeverkauf, bitte. Dankeschön. Super. Ja, ich weiss. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegten... Ich mach schon. Ruhig bleiben. So, zeig mir das neue Gewehrchen. Hallo. Oh, yeah. Das sieht gut aus. Meins. Keine Lust zu schwimmen. Verdammt. Hier, ich nehm das Ding. Und ab geht's zu Dr. Earnhardt. Oh. Was ist das da rechts gewesen? Keine Ahnung. Also, mich ein bisschen alles an Tropico, muss ich sagen, ne? Tropico 4, glaube ich, war das. Was ist hier passiert? What is happening here? I don't know. Aber wir gucken uns das an. Oh, hier ist ne Kiste. Hier ist die Kiste für mich. Das ist wunderschön. Ist noch ne Kiste drin? Nein. Das sah nur so aus. Hallo, wie komm ich... Verdammt. Nochmal hier wieder weg. Oh. Uh. Meins. Das war's, oder wie? Ja gut. Weiter geht's. Zum guten Dock. Richtig. Wo muss ich denn überhaupt hin jetzt? Da hoch. Okay. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Sieht wie immer so aus, als ob wir hier... Oh, Gegner. Sorry. War das gut? Keine Ahnung. Oh shit. Noch mehr davon. Ein ganzes Dorf. Oh doch. Brauche ich nicht. Shit. Bleib doch hier, verdammt. Was ist das? Ach, das Feuer. Okay. Päckchen Kokain hab ich mit. Wahnsinn. Ich darf nicht so laut sein. Gegenüber von mir ist die Polizei direkt. Sonst kommt der kleine Ratze bei mir reingestürmt. Hier bist du. LCD Armade. Uh. Die Herren können weg in der Pampa hier. Hier ist das Türmchen. Hier will ich hin. Hier ist das Blümchen. Ich glaube, ich spinn. Hier sieht's aus. Also, ob ich hochkomme. Genau so sieht's aus. Ja. Ist richtig. Geh doch hoch. Mein Gott. Das klingt verdammt ungesund, muss ich sagen. Kann ich hier hoch? Nope. Ach, hier ist die. Glider. Die Leiter zum Eiter. Lass mich hoch. So ist's brav. Dankeschön, dankeschön. Wo geht's jetzt lang? Oh Gott. Die werden immer klappriger. Kann das sein? Von Turm zu Turm immer klappriger. Shit, jetzt hab ich vergessen nach Kisten zu gucken auf den Dingern. Verdammt. Was ist das? Ein Schweinchen? Schweinchen, warum hab ich das denn hier umgebracht? Verdammt. Komm mich ja lang. Wo muss ich denn hin? Na hier, ich glaub ich spinn. Hallöchen. Bin davor, dass hier noch welche warten und mich umbringen wollen. Das wäre ja noch schöner. So eine Kiste, hier gibt's auch keine Kiste, oder? Doch. Auch ein blindes Huhn findet ein Korn. Right? Right. Und der nächste Funkturm. Deaktiviert, meiner Meinung nach. Aber hier steht aktiviert. Also von daher... Aha. 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 Ist ja interessant. Ist ja wirklich... Verdammt interessant. Verdammt interessant. Supi-dupi. So. Und abmarsch. Auf die Fresse gelegt erst mal. So, wenn du mir jetzt noch sagt... Wo ich hier hin muss... Okay, rechts um. Opsi. Ich wollte einfach nur einsteigen. Ich wollte einsteigen, Mensch. Psst. Keiner hat was gesehen. So. Wo? Oh nein. Oh shit. Nein. Bin ich überhaupt richtig, verdammt? Ja doch. Schon irgendwie. Da sind noch ein paar Idioten. Nein, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Shit. Sorry. Das waren, ich glaube, so viele, die ich da umgebracht habe. Kann das sein? Das sind ja noch mehr. Hier, wimmelt's ja von denen. Hau ab. Wollen wir die Rede davon, dass es hier sicher wäre? Angeblich. Hä? Sicher, unsicher oder wie? Versteh schon. Sind die noch an meinem Arsch irgendwie? Kleben die noch an mir? Nein, oder? Sie wundern sich leicht da unten, aber das interessiert mich jetzt überhaupt. Geht mir das am Arsch vorbei. So, Haizahnkette ist richtig. Gut. Oh, schick war das hier, der Doc. Schick, schick. Doc. Wo sind sie? Blümchen. Ich schneide mal eben ihren Daten klein. Das ist okay. Was sind das? Löffel? Schöner ist ja der Doc. Garten. Und so. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Hallo sagen. Richtig? Richtig. Speichert. Yippie, jay, jay. Wo? Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die roten. Die lila aussehen, denn die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die gelben. Die bloß nicht. Die können auch töten. Die... Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens... Ah, ja. Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Jason, hier. Mal hier, mal da. Ja, ich heiße Jason. Freut mich. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde helfen. Was nimmt der? Alles wahrscheinlich. Ich, äh, destilliere später noch eine Ladung. What? Was? Oh, Sie... Sie meinen das Mädchen. Daisy. Oh, Sie haben... Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Alles klar. Und ich würde sagen, wir sind beim Dock angekommen. Und zu Daisy gehen wir im nächsten Part. Von Far Cry 3. Macht's gut. Und tschüss. Und hier ist... Oh, sie haben wir wieder. Ich will... Und hier ist es. Wie ist die Änderung? Vielen Dank.